Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz schnell die Visitenkarte Zombie Musterung bekommt und zwar müsst ihr für diese Visitenkarte 100 Fleischstücke am Shop verkaufen und ich zeige euch die schnellste Methode wie ihr diese Fleischstücke zusammen bekommt. Geht zu einem Shop in Zone 3 und ballert euren Rucksack voll mit Kasimirgranaten. Als nächstes sucht ihr euch einen Durchhaltenauftrag oder einen anderen Ort wo viele Zombies spawnen. Ich mache das mit dem Durchhaltenauftrag weil hier die meisten Zombies spawnen Leute und ihr müsst jetzt einfach nur sobald die Zombies da sind eure Kasimirgranaten werfen denn die saugen die Zombies ein und zerstückeln die dann und die droppen dann sehr sehr viel Fleisch Leute. Also das ist meiner Meinung nach die schnellste Methode weil hier kommen auch durchgehend Zombies und jedes Mal droppen die halt bei jeder Kasimir droppen die mehrere Fleischstücke und so könnt ihr ganz schnell euren Rucksack voll machen und zu einem Shop gehen und die dann verkaufen. Natürlich könnt ihr hier auch den Glitch machen dass dieser Durchhaltenauftrag nie endet und die ganze Zeit machen und schaut mal bitte meinen Rucksack Leute ich habe fast meinen ganzen Rucksack nur durch einen Auftrag hier voll gemacht. Manchmal habt ihr auch einen Auftrag in der Nähe von einem Shop. In Zone 3 ist das meistens so da könnt ihr zum Beispiel Durchhaltenaufträge oder Spurenaufträge nehmen und die sind dann meistens hier am Shop beziehungsweise an diesem Ort und an diesem Ort hier ist meistens ein Shop Leute. Da ist dieser große Ort wo auch immer die Munitionsbox ist und hier könnt ihr das dann auch ganze Zeit machen. Die Kasimir Granaten werfen, das Fleisch vom Boden aufheben, zum Shop gehen, das Fleisch verkaufen, neue Granaten kaufen und immer so weiter bis ihr dann alle Fleischstücke zusammen habt die ihr braucht. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren damit du immer auf den neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!